willkommen zu einer neuen folge king of avalon ja willkommen zurück ist das glaube ich drei wochen her und die sogar fast zu einem monat das bindet ist einfach mehr ich kann dieses idel hier ist fast jedes mal hoch bringen weil ich eben ewigkeiten brauche bis ich überhaupt alles zusammen habe naja aber solange noch kein monat steht mache ich es auch nicht ist also jetzt zum beispiel im morgen ein monat steht erst mal von der schwelle es ist zwei videos versuche ich wenn nicht dann bin ich doch das spiel hat viele abdaten Danke, Baby. Ja, das Tor ist einfach mega lang, weil das in dem Alter ist und ich wahrscheinlich noch die ganzen Update nochmal neu laden muss. So. Ja, Moin, warum ist das ein fettes Fragezeichen? Ich erpasse sehr viel zum Laktion, Bruder, ne? Ne, der hat keinen Bock gerade, der hat so viel drauf. Alter, der hat so viel geiler geworden. Boah, fünf Minuten. Ja, auf jeden, mir fehlen nur 500 Soldaten, das wäre ja kein Problem eigentlich. Ich habe immer noch, wieso habe ich 7,8 Millionen Holz? Äh. Das ist vielleicht auch ein bisschen, weil es älter ist und so, ne? Aber komm, machen wir einfach hier und so weiter. Da. Und, uh... Die Musik ist schon ein bisschen nervend. Äh, das hört mir was macht eigentlich. Die Musik ist schon ein bisschen nervend. So, jetzt krieg ich... Äh, viermal drehen, glaub ich. Ja, viermal. Die Musik endlich auf, wenn das nervt. Äh, was ist das? Ah, ein bisschen hoi. Heu. 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 ich bin ein Kapitän im babbeler keine Ahnung was ist es Fünf Stunden. Also... bis zum nächsten mal tschau leute warte ne ich muss ja noch hier was machen das dauert so lange jetzt ich muss 43,50 mal drauf das kann ich dafür dass es viel zu wenig ist da habe ich ein Video gefallen, bis zum nächsten mal tschau ah ist wieder was zu tun habe ich ein Video gefallen, bis zum nächsten mal tschau brauche ich so tschau da ble Ade du